Lass uns doch jetzt zum Thema EU-Vermögensregister kommen. Ich möchte heute eher um das Thema, wie kannst du dich denn schützen vor einem EU-Vermögensregister und was ist möglich, was ist nicht möglich. Zuerst einmal, so wie das EU-Vermögensregister geplant ist, ja das ist ja noch nicht da, ist es ja so, dass Vermögenswerte ab einem Gesamtvermögen von über 200.000 Euro pro Person, glaube ich, katalogisiert werden. Also die werden dann in einer zentralen Stelle dort eingetragen. Natürlich mit dem Ziel, im schlimmsten Fall dann diese Vermögenswerte auch zu enteignen im Rahmen eines digitalen Zentralbankgeldes. Ich persönlich glaube nicht, dass es soweit kommen wird. Ich gehe davon aus, dass wir vor Einführung des digitalen Zentralbankgeldes und vor Einführung oder vor der Enteignung von Vermögenswerten durch das EU-Vermögensregister so viel Bewegung in Deutschland, in der EU und politisch haben werden, dass das nicht kommen wird. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Wir sollten uns dennoch auf den Worst Case konzentrieren, weil wir immer vom Worst Case ausgehen müssen. So, und der Worst Case bedeutet schlichtweg, wenn das EU-Vermögensregister kommt, musst du Vermögenswerte auch Immobilien, Gold, Schmuck teilweise, Kunst, Oldtimer angeben. Und du würdest dich auch dann strafbar machen, wenn du es nicht angibst und die Strafen werden dann sehr drakonisch sein. Das heißt, egal was du machst, wenn du Vermögenswerte hast, dann musst du sie angeben. Also auch wenn du bei einem Edelmetallhändler, ich sage mal, auf den Fidschi-Inseln Edelmetalle gekauft hast, ja, es ist vielleicht nichts dokumentiert, aber wenn das rauskommen würde, hättest du ein Problem. Das heißt, egal welche Vermögenswerte du hättest, du müsstest sie immer melden. Ja, und da komme ich eigentlich schon an den Punkt und ich werde dieses Video auch hier oben dann verlinken, was Lösungen sein können. Und ich möchte hier einfach mal ganz deutlichen Klartext sprechen. Weißt du, wenn es dir wichtig ist, dein Vermögen zu schützen und nicht in der Diktatur zu leben, dann musst du irgendwann mal dir überlegen, ob es vielleicht nicht Sinn macht, das Land zu verlassen. Und ich sage das deshalb, weil viele nämlich keine Kriterien haben, wann sie das Land verlassen. Das heißt, gehen wir mal zurück in der deutschen Geschichte. Da gab es ja auch Zeiten, da wo gewisse Bevölkerungsgruppen das Land verlassen haben. Und das aus dem Grund, weil sie was, ich sage mal, gerochen haben, was da auf sie zukommen könnte. Und die haben im Nachhinein alles richtig gemacht, denn im schlimmsten Fall, wäre ihr Leib und Leben, ihre körperliche unversehrt hat, gefährdet gewesen. Und es gab aber auch viele von denen, die auch finanziell nicht konnten, die aber auch vielleicht das einfach, wie soll ich sagen, verschlafen haben. Und die Frage, die ich dir als jemand stellen will, der ja selber Eigenverantwortung übernehmen will, ich denke, du bist jemand, der Eigenverantwortung übernehmen will, ist, was sind die Punkte, die passieren müssen, dass du das Land verlässt? Und wir haben sehr, sehr viele Kunden, die zum Beispiel schon ihre Vorbereitungen getroffen haben für den Worst Case. Denn die sagen, ich glaube auch nicht, dass wir in einer Diktatur am Schluss enden werden. Ich glaube auch nicht, dass wir vollkommen enteignet werden. Denn davor wird einiges passieren. Vielleicht fährt vorher die Wirtschaft an die Wand. Aber die wissen ganz genau, ab welchem Zeitpunkt sie gehen. Und das möchte ich dir mitgeben. Denn du kannst nicht erwarten, dass du in diesem Land, sollte es wirklich zu einer absoluten Diktatur kommen, zu Enteignungswillen, du brauchst doch nicht glauben, dass du in diesem Land bleiben kannst und dann unverwundet bleibst. Das ist wie ein Schweinchen, das sich in der Schlachterei bequem macht, und sagt, wie kann ich jetzt noch mein letztes Gold schützen und so. Also ich übertreibe jetzt, aber ich meine, so ist es doch. Wenn es wirklich so schlimm kommt, dann solltest du überlegen, wann du den Absprung magst. Und nichtsdestotrotz geht das vielleicht auch nicht für jeden. Für einen vielleicht von der finanziellen Seite her, von den anderen vielleicht auch aus persönlichen Gründen nicht. Ja, das muss man leider einfach, ja, das ist halt dann das Schicksal. Dann muss man sich überlegen, wie kann ich mein Vermögen wenigstens schützen. Ja, wenn ich schon das Land vielleicht nicht verlassen kann. Und dazu gibt es ein Video mit mir und dem Horst Deckert, wo mal eine Idee vorgestellt wird. Ja, ich will es mal sagen, ist nicht vielleicht die perfekte Lösung. Ich denke, es ist eine der besten Lösungen, wo es schlichtweg darum geht, deine Vermögenswerte zu übertragen an eine, ich sage mal, an eine juristische Person, die im Ausland sich befindet. Und diese Lösung, die wir dort besprechen, ist meiner Meinung nach die wahrscheinlich sicherste Lösung. Denn die ist rein rechtlich die stabil, ja, mit der größten Stabilität. Denn sie basiert auf einer Idee, dass wir eine US-Firma nehmen und Vermögenswerte an eine US-Firma übertragen. Das macht deshalb Sinn, weil wir ja die sogenannten Freundschaftsverträge zwischen Amerika und Deutschland haben, also die Besatzungsverträge. Und die regeln schlichtweg, dass eine Enteignung von US-Firmen in Deutschland nur zum vollständigen Enteignungswert möglich ist. Und das bedeutet, dass amerikanische Firmen in Deutschland mit absoluter Sicherheit nicht enteignet werden. Und wenn du dann das geschickt anstellst, dann kannst du auch in Deutschland nach wie vor leben, um trotzdem deine Vermögenswerte sicher zu schützen. Dazu habe ich oben dieses Video verlinkt oder auch unten in der Videobeschreibung. Schau dir das gerne mal an. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Lösung. Ich hätte dir jetzt gerne gesagt, mach das und das und du bist sicher, aber ich möchte dir einfach die Einschätzung nehmen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass am Schluss wir in einer faschistischen Diktatur aufwachen, wo uns alles weggenommen wird, alles mit digitaler Identität. Ich glaube nicht daran. Auch wenn die Bestrebungen dahingehend da sind. Aber bereite dich auf den Worst Case vor. Und jetzt noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt zum Thema Edelmetallpreise. Die Edelmetallpreise und der deutsche Edelmetallmarkt, die sind so verhunzt, würde man in Bayern sagen, dass auf keine Kuhhaut passt. Und das merken wir immer wieder in vielen Erstgesprächen. Und das ist ein sehr, 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 sehr. Und das ist ein sehr, 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 sehr. Und das ist ein sehr, 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 sehr L позволin spectrum.